Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurer Windel. Lange kam kein Video mehr, aber ich versuche jetzt täglich ein Video aufzuladen. Wenn nicht, dann schimpft mit mir. Schreibt es alle in die Kommentare, was für ein A-Loch ich bin. Ja, und dann ist es so. Aber wir spielen heute erst mal Horror A-Vader mit meiner Cousine Anna. Anna, wo bist du? Ich bin Anna. Ja, wo? Nein, ich bin Anna. Wo bist du? Ich bin tot. Anna, oh mein Anna ist tot, Anna ist tot. Los, 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 los. Ich komme aber auch wieder. Brody, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann, was ich mit Facecam machen soll, schreibt es in die Kommis. Ich glaube, das ist dieser Duolingo. Ja, stimmt, der heißt Duolingo. Oh mein Gott, er war direkt vor mir. Er war direkt vor mir. Das war Engolingo. Er war direkt vor, hinter mir. Halloween Lake. Halloween Lake. Get ready. One, two, go. Oh Gott, du musst an die Wand gucken. Oh, ich weiß, wer das ist. Das hört man sogar an der Musik. Es ist Jason. Es ist Jason. Oh, Dominik. Es ist Jason. Der wirft mit Messer. Wollt ihr ein bisschen uns hier oben verstecken? Ja, und du weißt, und ihr wisst alle, wer Jason ist. Wer ihn nicht kennt? Er ist draußen und verprügelt erstmal die alle. Und ich sehe. Ist das heute Abend? Nein, aber ich rede bei dir mit. Okay. Aaron, meine Cousine, versuch auch regelmäßig Videos zu machen. Also nicht da bei YouTube löschen, sondern die, die ich in meinem, quasi da, wo ich die Fotos und alles hab. Oh, nee. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich weiß, wer das ist. Leute. Die Klinik, die vom Juni nach dem Herbst, wisst ihr, wer das ist? Pennywise. Der gute alte Pennywise. Da ist der Pennywise. Pennywise ist hart. Eigentlich gewesen. Ja, meinst du? Für mich ist es langweilig. Langweilig. Leute, ich glaube mal, einmal mal just for fun. Moimodi, freeze camera, Leute. Dann zieht ihr mal eine hässlige Fräse. Ronald McDonalds. Leute, es ist Ronald McDonalds. Und ich geh nicht rein. Oder da ist ja mal ein Facecam. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ronald McDonalds. Das ist da. Ronald McDonalds. Oh, man. Warte. Just for fun. Hallo, meine Kamera hat sich nicht mitgedreht. Okay, manchmal ist mein Finger davor. Also, den zerstört. Ich habe leider ein bisschen falsche Seite aufgenommen. Und Freehouse. Ich liebe dieses Level. Survive. Ja, bin sofort gestorben. Aha. Wer ist eigentlich da von dem... Der Mörder. Kletter, 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 kleiner Dominik. Komm, kletter, kletter, kleiner Dominik. Wo bist du? Ich ziehe gerade durch. Aha. Und ich bin gleich komplett oben. Dominik. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben auf dem Ast. Ich bin komplett oben auf dem Ast. Good shit. Auch ihre haben wir mal wieder gewonnen. Ja, ich... Ich... Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Area 51. Area 51. Area 51. Route 51. Mit ein SCP. Mit ein SCP. Du musst aufpassen. Da ist ein SCP. Oh fuck. Dieser SCP der da läuft. Das ist der. Der geht ja voll auf mich. Der geht auf jeden. Nee, der ist nur auf mich gegangen. Vorhin waren voll tausend Leute, aber nicht. Weil er dich zuerst gesehen hatte. Nein. Junge, jetzt läuft er an mir vorbei. Scheiß Gollum, ey. Es sah aus wie so ein kleiner Goin. Und ich hab ihn überlebt. Und ich hab ihn überlebt. Meine Kudinien ist einfach die Beste. Ja, das bist du, ne? Willst du Hallo sagen? Hallo. Samara. Da komm mal, das ist die Chaos-Ara. Ey, Leute. Hallo, Leute. Samara. Oh nein, wir sollen nicht im Fernsehen gucken. Guck ja nicht in den Fernsehen. Ich kann mich nicht... Ich bin da wieder hin. Ich bin dahinter. Wie? Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht... Samara ist hart, ne? Was? Wer? Samara? Mhm. Wes? Wir sind gerade gestorben. Wer war da? Ich bin gerade am Sofa gewesen. Aber du hast gewonnen. Die war so knapp an mir. Oh mein Gott. Was? Hat sie mich etwa getötet? Ja. Die war am Sofa. Das hat wohl glitten. Äh, Leute. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, diesen Horrorfilm kenne ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war ein Baby ohne Augen. Nein, der hat mich getötet und das. Ja, das nicht. Das wird doch nochmal auf, wie fette Sau. Was? Aber hier, Leute, kann uns niemand mehr siegen. Mhm. Hier kommen die Keller. Ich guck mir, der hat jetzt nicht... Sorry, kommt Echse. Nein, der ist schon zum dritten Mal gekommen. Der ist hart. Nee, der ist hart. Der ist hart. Ja, du kommst nie von ihm weg. Oh? Der wird dich finden. Er wird dich essen. Ich weiß nicht alles hier. Ich hab den Siegflus gefunden. Ich hab den Siegflus gefunden. Ich hab den Siegflus. Okay, Leute. Ich würde sagen, Leute, Leute von heute. Wir machen mal eine gute Sache. Und ein neues Gluck, ne? Ähm, ja. Da geh ich aber mal komplett in der Rob, Leute. Ich komme nicht hoch. Oh mein Gott. Ich hab deine Klinge schon gehört. Ich hab schon 100, 200, äh, ein Punkt, Punkte geh. Oh mein Gott, Leute, den kenn ich. Aber okay, Leute. Und ich würde sagen, das war's denn auch mit dem Video von mir. Oh, Wendel. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen knackigen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da. Daumen nach oben da. Okay, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und tschüss. Okay, ich hab grad leicht verkackt. Ich kann doch mal was machen, bevor ich aufhöre. Warte. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und jetzt wirklich schau und schau. Mann! Okay, jetzt wirklich schau. Ich würde sagen, das war's mit dem Video.